Musik 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 Dass ich diesem Kind, diesem kindischen, jungen Ding böse sein muss oder dass ich ihm nicht verzeihen kann, dass es die Schrecken dieses Monster nicht rechtzeitig erkannt hat, dass es nicht durchschaut hat, in was es da hineingeraten ist. Und vor allem, dass ich so unüberlegt, ja, gesagt habe, ich war ja keine begeisterte Nationalsozialistin. Ich hätte ja, als ich dann nach Berlin kam, sagen können, nein, ich will da nicht mitmachen und ich will auch nicht ins Führerhauptgötter geschickt werden. Ich habe es aber nicht gemacht, aber da war die Neugier zu groß und irgendwie habe ich das auch nicht so, ich habe ja nicht gedacht, dass mich das Schicksal so vorantreibt, an eine Stelle, die ich überhaupt nicht angestrebt habe. Und trotzdem, es fällt mir schwer, mir das zu verzeihen. Unglaub, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vorn kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung, ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen nun, dass Berlin auf der Artilleriefeuer liegt. Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wilp-Pack-Werder. Wäschige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand, der Flak am Zogen gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist beim Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadgang. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufringen. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt fünf Kilometer vor dem Stadgang. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Alles für Deutschland. Heil, mein Führer. Und führe euch. Heil, mein Führer. Die können es ja gar nicht erwarten, endlich wiederzukommen. Heil, mein Führer. Was mir am meisten stört, ist die Schleimerei. Noch vor uns sie geheil und noch hinten leck mir mal ab. Mein Führer. Ich fliehe Sie an. Verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Es ist spät. Ebel, kommen Sie doch mal hier bitte. Mein lieber Ebel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Fühlung aufnehmen mit den Alliierten. Politik machen. Ja, in der Tat. Wir sollten Politik machen. Politik? Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Mein Führer. Es ist gut. Mein lieber Himmler. Mein treuer Heinrich. Es ist gut. Geht sie nur. Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer. Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleiben im Raum, Keiter, Jörg, Krebs und Bockdorf. Das war ein Befehl. Der Angriff Steiner war ein Befehl. Wer schickt sie? Das hier ist Margen. Sie können Befehl durch das Meisten. Oh mein, ich bin das einfach geklaut. Der Militär hat mich verlogen. Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS. Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ist das Feiglinge, Verreiter, Versager? Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Geschmolz des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie hinzugebracht haben, nur um zu lernen, wenn man Messer und Gabel hält. Jahrelang ist das Militär mal eine Aktion in Luppe hindert. Es hat mit jedem nur ein specklichen Widerstand in den Weg geleckt. Ich hatte gut daran getan, um gerne alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Die Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, uns in diesen Umständen zu führen. Aber es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Dann sind wir sie wohl! Dann sind wir sie wohl! Untertitelung des ZDF, 2020